Wenn es um das Thema erfolgreiche deutsche Panzersoldaten geht, denken viele zuerst an bekannte Namen wie Wittmann oder auch Karius, was nicht zuletzt daran liegt, dass Karius den Krieg überlebt und im Nachhinein die Chance hatte, ein Buch zu schreiben. Diese Chance blieb Männern verwehrt, die den Krieg nicht überlebten. Um einen dieser Männer geht es in diesem Bericht. Es gibt nicht viel Material über die Ausnahmeerscheinung Kurt Knispel zu finden, weder im Internet noch in diverser Literatur. Man muss sich hier auf Berichte von Vorgesetzten und Kameraden dieses Soldaten verlassen, da Kurt selbst leider keine Gelegenheit mehr hatte, seine Erlebnisse niederzuschreiben. Außer Frage stehen seine unvergleichlichen Leistungen, die er immer wieder unter Beweis stellte. Oft fiel der tödliche Schuss gegen einen feindlichen T-34-Panzer bereits zwei Sekunden nach Erkennen des Feindes, noch bevor der Kommandant das Kommando dazugeben oder den Feind überhaupt erkennen konnte. Es wird hier der Versuch unternommen, den Werdegang von Kurt Knispel so gut wie möglich nachzuzeichnen bzw. immer wieder seine Kameraden zu Wort kommen zu lassen, um einen Gesamteindruck dieses außergewöhnlichen und leider immer wieder verkannten Panzerschützen und später auch Panzerkommandanten eines Königstigers zu bekommen. Wie alles begann. Kurt Knispel wurde am 20. September 1921 in Salisfeld im früheren Sudetenland geboren. Er war schon als kleiner Junge in der Schule sehr beliebt. Er hatte von klein auf eine Vorliebe für ausgedehnte Bergtouren. Ein beliebtes Wanderziel war der Gipfel des Altvatergebirges. Nach den Schuljahren absolvierte er eine Lehre in der nahegelegenen Automobilfabrik, in der auch sein Vater beschäftigt war. Im Frühjahr 1940, nachdem er seine Lehre abgeschlossen hatte, meldete sich Kurt Knispel bei der Panzerwaffe der Wehrmacht. Die Grundausbildung absolvierte er vom 15. Mai bis zum 30. September 1940 bei der Panzerersatz- und Ausbildungsabteilung in Sagan, Niederschlesien. Er lernte hier den Umgang mit dem Panzerkampfwagen 1, der sogenannten Sardinendose. Am 1. Oktober 1940 wird Kurt zur 3. Kompanie des Panzerregimentes 29, welches zur 12. Panzerdivision gehört, versetzt. Als frischgebackener Gefreiter feiert Kurt Knispel das Weihnachtsfest 1940 noch in den Kreisen seiner Familie. Bis zum 11. Juni 1941 besucht Kurt noch weitere Lehrgänge in den Schulen von Sagan und Puttlos, beziehungsweise absolviert in diesem Rahmen auch seine ersten Übungen als Lade- und Richtschütze in einem Panzer IV, der allerdings zu diesem Zeitpunkt noch mit der kurzen 7,5-Zentimeter-Kanone ausgestattet war. Der Panzer IV galt zwar allgemein als schwerer Panzer, konnte jedoch kaum etwas gegen den ab Herbst 1941 neu an der Ostfront aufgetauchten T-34-Panzer der Russen ausrichten. Schon früh wurde von seinen Ausbildern erkannt, dass der gefreite Knispel über eine außergewöhnlich schnelle Reaktionsgabe verfügte und auch, was vielleicht noch wichtiger war, mit beeindruckender Genauigkeit Entfernungen schätzen konnte. Ab März 1941 war Knispels Einheit im Lagerwarte Posen stationiert, wo der gemeinsame Kampf in Kompanie beziehungsweise Divisionsstärke geübt wurde. Erster Front-Einsatz. Am Morgen des 22. Juni 1941 gegen 2.15 Uhr saß Kurt Knispel im aufgetankten und aufmunitionierten Panzer von Feldwebel Hellmann und wartete auf seinen ersten Fronteinsatz. Erst um 8 Uhr bekamen die Panzer der 12. Panzerdivision ihren Angriffsbefehl mit dem Endziel Minsk. Am selben Nachmittag feuerte Kurt Knispel die ersten neun Sprenggranaten auf MG-Nester. Nach fünf Tagen des schnellen Vorstoßes erreichte unter anderem auch Knispels Panzer den Stadtrand von Minsk und machte damit den Weg für das 5. und 26. Schützenregiment frei, die gemeinsam mit dem 29. Panzerregiment die Stadt nehmen mussten. Wieder konnte sich Kurt durch schnellste Reaktionen und genaue Schüsse teilweise in nur zwei Sekunden nach Erkennen des Ziels auszeichnen. Meist feuerte er bereits bei den Worten Ziel erkannt, noch bevor er fertig gesprochen hatte und vernichtete so tödliche, versteckte MG-Nester für die nachfolgenden Schützenregimenter. Noch am selben Abend konnte Minsk vollends eingenommen werden. Bis zum 6. Juli wurde das Panzerregiment 29 geschont. Kurt Knispel konnte aufgrund seiner tschechisch und russisch Kenntnisse die ein oder andere Flasche Wodka für sich und seine Kameraden organisieren. Noch geht's vorwärts. Der nächste Befehl ereilte Knispels Einheit, den Kessel von Minsk zerschlagen. Dabei wurde der Panzer von Kurt zweimal von einer 7-62er Pack der berühmten Ratschbum getroffen, jedoch ohne dem Panzer IV nennenswerten Schaden zuzufügen. Am Abend des 7. Juli 1941, als Kurt für zwei gefallene Kameraden ein Gebet sprach, bemerkte er zu seinem Freund Theisen, ich glaube nicht, dass wir Weihnachten als Sieger wieder zu Hause sein werden. Auch Knispel musste schon früh in diesem Feldzug mit den damals brandneuen T-34-Panzern Bekanntschaft machen, die jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr zahlreich vertreten waren. Bei seinem Panzer IV, dessen kurze Kanone den T-34 erst ab einer Entfernung von unter 800 Metern wirksam bekämpfen konnte, war das Geschoss im Flug zu sehen, sodass in erster Linie Bunker, MG-Nester und vor allem russische Artillerie bekämpft wurde. Bereits in diesen anfänglichen Kämpfen hatte das 29. Panzerregiment derart hohe Verluste, dass es aus dem Kampf genommen werden musste. Die gesamte Division war binnen weniger Tage derart zusammengeschmolzen, dass sie aufgelöst und komplett neu aufgestellt werden musste. Bis zum 20. August 1941 war damit erstmal Kampfpause für Knispel, dessen Panzer mittlerweile in die 9. Kompanie eingegliedert wurde. Am 20. August wurde die gesamte 12. Panzerdivision in den Norden der Ostfront verlegt, um sich am Marschauf- bzw. Kampf um Leningrad zu beteiligen. Beim ersten Gefecht der 12. Panzerdivision war der Richtschütze in Knispels Panzer ausgefallen, sodass er selbst diese Position übernehmen musste. Dies sollte seine Position werden, in der er sein ganzes Können und seine Intuition einbringen sollte. Im Panzer von Feldwebel Fendesack, seinem Freund, bestritt Kurt Knispel nun als Richtschütze die ersten Gefechte südlich von Leningrad gegen brandneuer, sowjetische T-34-Panzer. Fendesacks Panzer wurde getroffen und blieb liegen. Die Mannschaft war bereits dabei auszuboten, bis auf Kurt. Er sah einen T-34 aus einem Gebüsch kommen, schoss drei Sekunden nach der Sichtung und zerstörte damit seinen ersten T-34. Zu diesem Zeitpunkt noch für einen Glückstreffer gehalten, sollte Kurt noch alle eines Besseren belehren und schon bald für derartig treffsichere Schnellschüsse bekannt werden. Knispels Einheit wurde durch einen Befehl in den Vororten von Leningrad angehalten, als sie zum Sturm auf die Stadt ansetzen wollten. Sie mussten die Stadt umgehen und weiter nach Osten vorstoßen. In den Wäldern östlich von Leningrad machte die 12. Panzerdivision erstmals Bekanntschaft mit bestens getarnten russischen Scharfschützen, die von den Panzern mit Sprenggranaten bekämpft wurden. Die gesamte 12. Panzerdivision wurde nahe Mack eingeschlossen. Der Kommentar von Hauptmann H.G. Theissen hierzu verdient es Erwähnung zu finden. Hier im Kessel war es der Richtschütze Kurt Knispel, der bei einzelnen Vorstößen seines Zuges mehrere Panzer und einige Pack vernichten konnte. Knispel, das bedeutet für uns alle das eine. Wir schaffen es und wir halten bis wir entsetzt werden, damit die Verteidigungsegel nicht geknackt werden. Erster Kriegswinter in Russland Am 4. November 1941, zu Beginn dieses außergewöhnlich strengen Winters, wurde Kurt Knispel das Eiserne Kreuz zweiter Klasse verliehen. Zu dieser Zeit hatte die 12. Panzerdivision den Auftrag, die Stadt Tichwien zu nehmen. Immer wieder konnte Knispel seine Sprachkenntnisse einsetzen und wichtige Informationen für die Truppe in Erfahrung bringen. In den folgenden Abwehrkämpfen um die Stadt, die Russen bedrohten immer wieder die Verbindungsstraße zwischen Tichwien und Leningrad, tauchte Knispel immer wieder an den Brennpunkten auf, ohne seinen Panzer zu verlieren oder verwundet zu werden. Sein Kommandant, Unteroffizier Rubbel, hatte hier weniger Glück und musste ins Feldlazarett. Der November brachte einen Frontalangriff auf Tichwien, wo die Panzer der 12. in schneller Fahrt versuchten, die Stadt zu nehmen. Bei diesem Sturm konnte Knispel binnen Sekunden zwei Paks und einen T-34 erledigen. Dieser Tag endete nach einer 70 Kilometer langen Angriffsfahrt nahe der Stadt in einem Vorort. Knispel setzte auch hier seine Russischkenntnisse ein, um den Ort zu erkunden und konnte feststellen, dass die dort stationierten Rotarmisten keineswegs mit der raschen Ankunft der 12. Panzerdivision rechneten und durchweg betrunken waren. Knispel erstattete Bericht und schon kam der Befehl, das Dorf möglichst leise zu umzingeln, um den Überraschungseffekt voll nutzen zu können. Nachdem der Ring um das Dorf geschlossen und die grünen Leuchtraketen am Nachthimmel zu sehen waren, fuhren die Panzer los. Schon nach kurzer Zeit ergaben sich die betrunkenen Rotarmisten. Ein Vorort von Tichwin war genommen. Die Russen überrascht vom Tempo der deutschen Panzerbewegungen. An dem folgenden Tag vernichtete Kurt drei weitere T-34-Panzer, die auf die Ortschaft zurollten, ohne zu ahnen, dass sie bereits nachts von der 12. Panzerdivision eingenommen wurden. In den folgenden Tagen starteten die Russen mehrere Gegenangriffe, welche das dritte Regiment von Knispel schwer in Bedrängnis brachten. Als die Munition des Regiments ausgeschossen war und immer noch weitere T-34 die Front bedrängten, startete Kurt eine spontane Aktion. Mit einer Panzermine bewaffnet robbte er zunächst stehenden T-34, während seine Kameraden die russischen Infanteristen mit einem MG niederhielten. Als der Panzer in ein schützendes Dickicht fuhr, robbte Kurt von der linken Flanke an den Panzer heran. Als dieser sich wieder nach vorne bewegen wollte, brachte Kurt die Tellermine in Stellung und rollte sich seitlich weg. Der T-34 fuhr mit einer Kette genau über die Mine und schon detonierte diese auch und ließ beinahe Knispels Trommelfell platzen. Die hektisch ausbotende Besatzung fiel den MGs von Kurts Kameraden zum Opfer. Dies war einer von drei Panzern, die Kurt auf diese Art und Weise im Nahkampf ausschalten sollte. Das Sympathische an Kurt war jedoch seine Bescheidenheit. Als man ihn nämlich für diesen Einsatz belobigen wollte, meinte er nur lapidar, das war eine Kriegsliste, die lautet, wenn die Munition alle ist, dann sollte man das dem Feind nicht zeigen, sondern einfach weiterschießen. Nachdem die Panzer am folgenden Tag wieder aufgetankt und aufmunitioniert wurden, mussten sie für längere Zeit als mobile Artillerie eingesetzt werden, da die Russen stetig den Druck erhöhten und an verschiedenen Stellen der Front immer wieder versuchten durchzubrechen. Nicht zuletzt durch den Einsatz von Rubbels und Fendesacks Panzer mit seinem Richtschützen Kurt Knispel konnte die Front gehalten werden. In einer der folgenden Nächte wurde die Hütte, die Kurt mit seinem Freund und Kommandanten Fendesack bewohnte, von russischer Artillerie zerschossen. Der Kommentar von Kurt hierzu? Verdammte Saubernde, das geht zu weit. Sie haben unsere Fressalien und die guten Flaschen getroffen. Vielleicht sollten wir ihnen einen nächtlichen Gegenbesuch abstatten, wie sich das gehört, und ihnen eine Nachtserienade bringen. Gesagt, getan. Knispel und Fendesack überzeugten kurzerhand Oberleutnant Werner von ihrer Idee. Der stimmte auch unter der Bedingung, vorher einen Spähtrupp zu schicken, zu. Oberleutnant Werner lenkte das deutsche Artilleriesperrfeuer für die kommende Nacht in einen anderen Sektor, um den Russen vorzutäuschen, dass woanders ein deutscher Gegenangriff starten würde. Der Spähtrupp machte sich auf und kundschaftete das feindliche Terrain aus. Nach Rückkehr des Spähtrupps und bei Einsätzen des Sperrfeuers legten die Panzer in schneller Fahrt los. Sie wurden zwar von den vorgeschobenen russischen Posten angerufen, rasten jedoch ohne zu antworten weiter und schon waren sie hinter feindlichen Linien. Durchquerten das abgesteckte Minenfeld und schalteten unmittelbar danach die ersten vier Maxim-MG-Stellungen aus. Dabei flog ein Stapel russischer Munition in die Luft. 120 Meter dahinter lag auch schon die feindliche Kommandozentrale, erkennbar an den vielen langen Antennen. Durch zwei gezielte Sprenggranaten wurden sie auch gleich zerstört. Auch die feindlichen Artilleriegeschütze wurden unbrauchbar gemacht. Und schon ging's wieder zurück hinter die Hauptkampflinie, auf die deutsche Seite, wo sie bereits von Oberleutnant Werner freudestrahlend empfangen wurden. Trotz allem gelang den Russen am 15. Dezember 1941 der Durchbruch bei einer Nachbardivision. Knispels Kompanie hatte den Auftrag, diesen Einbruch in die Front zu stoppen und zurückzuwerfen. Nachdem Kurt einen russischen KW-1 mit zwei Schuss erledigt hatte, feuerte er auf einen zweiten KW-1, der bereits angeschossen war, und gab ihm den Rest. Die restlichen T-34-Panzer wurden auf ihrer Flucht beschossen. Knispel, der einen T-34 gemeinsam mit einem Kameraden abgeschossen hatte, verzichtete auf den Mitwirkungsbonus, so dass sein Kamerad den Abschuss alleine verbuchen konnte. Soviel zum ersten Teil der Geschichte von Kurt Knispel, einem deutschen Panzersoldaten im Zweiten Weltkrieg, dem trotz seiner herausragenden kämpferischen Leistungen ein Aufsteigen in den militärischen Rängen nicht zuletzt wegen seiner systemkritischen Art verwehrt wurde. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020